Musik Ja, hallo, liebe Zugfreunde, ich bin's, der Tenji und wir spielen... Na, was spielen wir? Genau, wir spielen Vektorio! Und ja, wir wollen uns hier ein bisschen drum kümmern, ja, die Eisenschmelze und so, die werden wir hier auch ran basteln. Als erstes brauchen wir Stahlkisten. Eigentlich bräuchten wir so viel wie möglich, so viel wie da rangeht. Ganz ehrlich, wir brauchen so viel wie da rangeht. Wie viel gehen denn hier ran? Eins, zwei, drei, fünf. Ich glaub, fünf Stück gehen da sogar dran. Eigentlich brauchen wir gar keine Stahl, eigentlich müsste, ja, eigentlich müssten hier wirklich perfekt so viel hingehen. Dann brauchen wir eigentlich gar keine Filter, wir brauchen einfach nur Stahlbegreifer, weil die einfach schneller sind. So, klatschen wir dann einfach hier hin. Ja, dann ist einfach das Eisen, das Eisen da raus, das Eisenerz. So. Okay. Und das... Puh, hier wird's knapp. Ich... Ah, wir kriegen das hin. Oh, geil. Wie geil, das passt perfekt. Das gleiche unten nochmal, das können wir ja kopieren nachher. Boah, wie geil. Dann fahren wir das hier hin, ja. Und, ähm, dann wird's verteilt. Es wird verteilt. Ich wär ja dafür, dass wir das hier erstmal hier dann, äh, hier alles verbinden. Alle vier Stück verbinden, die directly verbinden. Ähm, ja. Wie geil. Wie geil ist das denn, ey. Äh, ich bin mir grad nicht sicher, ob ich nochmal, äh, Stahlbegreiferarme brauche, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die Stahlkisten sind vielleicht doch ein bisschen übertrieben, weil... Dann wird da so viel zwischengespeichert, aber scheiß drauf. Ihr habt's mir ja beigebracht, Leute. Man kann nie genug Puffer haben. Ach, warte mal. Geht das überhaupt mit den... Ja, das geht perfekt. Oh, ja, jetzt hab ich vergessen. Mmh. Jetzt werden die Züge nicht mehr beladen. Ha. Die Züge müssen ja beladen werden mit Kohle. Wir könnten hier eine eigene, äh, Quelle machen. Dass wir die tatsächlich hier anzapfen. Und dann haben wir hier eine eigene Kohlequelle, die nur für die Züge hier extra existent ist. Ja, das würde ich aber wieder mit fliegenden, äh, Drohnen machen, weil ich das geiler finde mit fliegenden Drohnen. Also müsste man jeweils hier eine Kiste bauen, die dann nach oben knickt. So. Und leider auch hinten, weil sonst ist irgendwann der hintere Zug, hat dann sonst kein Strom mehr. Wär auch kacker. So, und das müsste man jetzt hier überall bauen. Und kann ich halt, wie gesagt, nachher kopieren. Und da reicht ein stinknormaler Greifarm. Die, äh, wir haben noch drei Stück. So. Und so. Dann schauen wir mal, ob die nicht überflüssig sind. So, ne. Eigentlich könnte man das auch einfach ein bisschen näher bauen und fertig. So, bis dahin irgendwie. Sieht eh mittiger aus. Ist eigentlich ganz gut. Ist ganz chillig. Äh, ja. Das war irgendwie falsch. Dahin, ne? Ist richtig? Yeah, ist richtig. So, da haben wir jetzt ein bisschen Kohle. Hier kann man natürlich beschwenken. Ne, da brauchen wir nicht beschwenken. Da sagt man einfach, bringt Kohle. Reicht Kohle, meine Freunde. 50 Sek wird ja aber reichen. Ja, und ich begrenze es trotzdem. Weil ich so ein komischer Typ bin. Begrenze ich es trotzdem. So, äh, ich hätte gerne noch diesen einen Stapel-Kreifer. Der kommt dann hier hin. Perfekt. So, Strom wäre theoretisch da. Das wäre auch da. Und hier hätten wir die Haltestelle. Und das könnte man dann einfach mal kopieren. Das mache ich jetzt einfach. Wir können das jetzt einfach ganz frech alles schon hier hinbauen. Mal bis hier hin. Den Bahnhofsnamen, die müssen wir dann per Hand machen. Das ist kein Ding. So. Ja, das brauchen wir nicht dann extra in einem Buch speichern. So. Perfekt. So, dann bauen wir jetzt ein paar, äh, ein paar von den, den hier. Ja, ein paar mehr müssen wir eigentlich bauen. Bisschen wenig. Aber der Rest ist schon da. Dann brauchen wir noch vier von den. Ne, wir haben gar nichts mehr. Okay, dann lasse ich mal schnell hochgehen. Oh Gott. Die ganzen Schaltkreisen, sie werden jetzt gebaut. Oh, Tenchi. So. Man reiche mir irgend so Zeugs. Danke. Wie soll das losfliegen? Wie die, wie gierig die sind, ey. Wie die Geier. Wie die Geier. Ich möchte den Tenchi was Gutes tun. Nein, ich möchte ihm was Gutes tun. Nein, heute bin ich dran. Danke, meine Freunde. Danke. So, ich brauche vier Stück, habe ich gesagt, ne. Äh, bauen wir fünf. Irgendwann. Wenn das hier mal durch ist. Könnte eine Weile dauern. Oh. Oh. Transportmenge erforscht. Und ich glaube, das war das. Ne, das ist das. Das ist Transportmenge. Das ist das letzte. Das krasseste. Ich habe echt das Gefühl, wir haben ja nicht mehr viel zu machen. Roboter Geschwindigkeit kostet 500, 450. Kapazität. Komm, Kapazität können wir auch noch machen. Ich weiß gar nicht, Flammenwerfer-Schaden haben wir. Oh, den wollten wir doch mal hochdrücken. Den wollten wir doch hochdrücken. Beziehungsweise den Laserschaden haben wir ja schon, ne. Geschützturm. Das ist bloß Geschützturm. Äh, Schadensbonus für Geschütztürme. Das sind ja keine Lasertürme. Das sind bloß die sesslichen Geschütztürme. Machen wir Flammenwerfer-Turm. Weil der so geil ist. Weil der so geil ist. Okay, das, das, das. Hier wird mir ein... Ja, jetzt werden wir die Sachen gebracht, die ich hier per Hand herstelle. Ich breche das mir ab. Ganz einfach. Wenn wir mal ein bisschen was abbrechen hier. Dann baut er das hoffentlich nicht mehr. So. Das heißt, äh... Die fünf, äh, Anführungskisten wurden nicht gebaut. Jetzt werden sie gebaut. So, dann wird mir das Zeug trotzdem noch gebracht. Und was die Stapelgreife angeht, brauchen wir auf jeden Fall einige. Da hoffe ich einfach mal, dass, dass wir unser Zeug ungefähr da haben. Eigentlich habe ich mir auch mal die, äh, die Zahnräder anliefern lassen. Das hätte ich vielleicht mal erweitern sollen hier. Falls das überhaupt geht. Chemiefabriken, das ist so schwachsinn. Da hole ich mir lieber Zahnräder. Dann guckt euch das an, wie lange das dauert, ey. So. Man reiche mir Zahnräder, falls überhaupt welche auf Lager sind. Eins ist auf Lager. Nice. Da ist noch eins. Oh, erst mal aufladen gehen. Alter, was ist mit unserem Öl los? Haben wir euch schon wieder irgendwas abgedreht? Ich hoffe nicht. Ach nee, das klingt nicht. Also ist alles okay. Ich habe das gerade wieder vergessen. Gut, was ist mit Zahnrädern jetzt? Wo sind sie denn? Hier sind die Zahnräderfabriken. Und da ist... Das sind nur zwei Stück drin. Oh, nee, 89 habe ich jetzt. Okay, passt. So, dann... Das noch. Wir gehen mal wieder runter. Miau. So. Lassen wir noch ein bisschen was hin. Ach, die Stahlkisten. Uh. Die Stahlkisten. Da brauche ich nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf. Das sind sechs Stück. Alter, Falter. Okay. Ja, die zwölf sind jetzt quasi die hier. Und da unten brauche ich wieder welche. So, der Strom, den könnte man eigentlich schon mal anschließen. Der könnte man einfach von hier oben ganz wunderbar holen. So. Und ja. Strom ist also da. Können sie nicht mehr rummeckern. Ja. Die Stapeldinger brauchen wir noch einige. Neun Stück kann ich noch bauen. Ja, der baut ja wieder diese ganze Vorstufen davon. Alter, wieso habe ich denn so viel... So viel Eisen einstecken? Was ist denn hier los? Okay. Haha. Hm. Oho. Stahl brauche ich. Ich hoffe, die können mir Stahl bringen. Ich bin mir nicht sicher, wie es aussieht hier oben. Ja, das geht eigentlich. So. Die fliegen ja wieder los. Bringen mir einen Haufen Sachen. Das ist gut. So, Stahlkisten. Wir brauchen bloß noch sechs. So, dann habe ich jetzt schon mal sechs. Ja, Stapelgreifer. Brauchen wir immer Haufen. Danke. Dann brauchen wir auch immer sechs Stück für eine Seite. Ja, jetzt ist ja... Hm. Schon wieder die ganze Sache, die ich selbst bauen muss. Warum mache ich das immer wieder? Weil das Selbstbauen dauert ewig. Ganz ehrlich, das dauert ewig. So. Was fehlt denn eigentlich, wenn ich hier draufklicke? Eigentlich gar nichts. Eigentlich habe ich alles. Ja, die Zahnräder fehlen. Die Zahnräder fehlen. Und das ist das Geheimnis, Leute. Die Zahnräder. So. Gehen wir mal runter. Werden wir ein bisschen basteln. Zahnräder basteln dauert halt ein bisschen. Hallo. Ja, ist natürlich total übertrieben. Jetzt schon alles aufrecht. Eigentlich ist jetzt hier schon fertig quasi. Während er das hier baut, kann ich noch ein bisschen weiter bauen. Und zwar würde ich das hier gerne jetzt verbinden. Ja. Und zwar ordentlich verbinden. Also quasi mit den Dingern. Und ich glaube, dann machen wir das mal so. 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 Äh. Weil das habe ich glaube ich gerade echt verkackt. Das soll da reingehen. Das soll quasi da reingehen. Und dann haben wir eigentlich eine Verbindung. Also mal, die setzen das unten hin. Die setzen es unten hin. Das heißt von rechts. Und dann kommt das auch von rechts. Ist doof. Wenn das von rechts und von rechts kommt. Warte mal. Wenn das hier von rechts kommt. Und das kommt von rechts. Dann brauchen wir es auch so machen. Unten. Ja. Geil. Nice. Wie geil ist das denn? Und das gleiche geht das hier oben auch. Ich bin mir nicht sicher. Weil. Ja. Die geben das unten aus. Dann sind die unten. Wenn ich jetzt hier um die Ecke fahre. Sind die auch unten. Ja. Dann geht das hier eigentlich. Ah. Auch. Kurz überlegen. Ne. Unten. Das haut hier leider nicht hin. Dann müsste ich hier. Quasi genau andersrum machen. Der müsste sich. An den halten. Hmm. Hmm. Das sieht dann wieder so kacke aus. So unsymmetrisch. Außer ich. Ich mache das so. Das kommt weg. Und. Das war jetzt eigentlich nicht so der Plan gewesen. Sondern so. Und das liebe Freunde. Geht dann da hin. Ist nicht ganz mittig. Das gebe ich gerne. Ist nicht ganz mittig. Aber wir hätten dann. Hier eine schöne Verteilung. Jetzt habe ich natürlich aus den Doppelfliesband wieder ein einzelnes gemacht. Oh Gott. Wir sind echt die Fließband ausgegangen. Wie krass. Wie krass ist das denn? Okay. Gehen wir hoch. Trennen hier mal kurz. Also was heißt trennen hier? Wir werden diesen Bahnhof hier einfach mal. Umbenennen. Ne. Warte mal. Das ist doof. Moment. Äh. Die hier werden wir mal weg machen. Nein. Dann fahren die nicht mehr raus. Die Züge. Wie trenne ich denn das hier ab? Am blödsten. Ich wollte es eigentlich jetzt schon mal abtrennen. So. Also äh. Die Züge habe ich wieder bekommen. Ich wollte es schon mal abtrennen. Aber ich glaube ich werde. Ich habe eine Idee wie ich es da mache. Ich werde ganz frech. Ganz fresh werde ich sein. Jetzt einfach sagen. Hier einmal. Hauptbahnhof Eisen. Heißt du jetzt. Dann fahren die schon mal hier hin. Und bei dir genau das gleiche. Hauptbahnhof Eisen. Ah. Hier stehen doch nicht mal Bahnhöfe. Hm. So. Skylord. Das Skylord Gadget heißt der. Okay. Geil. Ah. Ich hätte nochmal drücken sollen. Okay. Und der heißt. Akuroso. Akuroso. Genau. So heißt der. Gut. Dann fahren die nämlich dann das nächste Mal hier runter. Weil ich jetzt nämlich hier oben einfach. Den Bahnhof. Abreiße. Pass auf. Ich reiße ihn einfach ab. Fährt er dann wieder weg. Ich hoffe mal. So. You can't for pissing dich. Hau ab Mann. So. Ja geil. Dann wird hier nämlich nichts mehr angeliefert. Aber. Die Kisten werden auf jeden Fall noch leer gemacht. Das können die machen. Ich habe hier unten natürlich jetzt eine blöde Ecke gemacht. Muss ich sagen. Hier. So eine ganz. Blöde. Und deswegen machen wir hier mal. Das so. Erstmal. So. Dass das mal. Erstmal verbunden ist. Goodie. Das ist der nächste. Sollte da wirklich hier unten hinfahren. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Wo hockt denn? Hä? Wo hockt der denn? Ach so. Der wartet da. Okay. Sehr nice. Und der andere. Das ist der hier. Der wird gerade voll geladen. So. Ja. 120 Sekunden wird er da rum hocken. Wir müssen aber echt aufpassen. Weil ich glaube das wird. Oh. Doch. Doch. Der müsste jetzt eigentlich zu uns gefahren kommen. Dann wird hier direkt ausgeladen. Und weil das der gleiche Name ist. Müssen wir auch gar nichts mehr einstellen. Also der wartet dann bis er leer ist. Und dann wird das weggebracht. Was sieht trotzdem so kacke aus? So unsymmetrisch hier. Gefällt mir nicht. So. Da kommt's. Ich dachte gerade, die lernen nicht aus. Aber sie machen es. Nice. Gefällt mir. Sehr schön. Guck dir das an. Ich werde aber hier oben erstmal tatsächlich noch abtrennen. Scheiß drauf. Weil ich will erstmal, dass das hier wegkommt. Und ich würde auch gerne. Das sind ja hier Stahlkisten. Ich mache mal hier eine Anforderung. Anforderungskiste. Und dann fordern wir mal Eisenerz an. Ja, so viel hat Gerd 2000. Ist ja egal. So. Weil der ist jetzt quasi dafür da, dass zum Beispiel aus dem Lager, wie man gerade sehen kann, das Eisenerz endlich mal rausgeholt wird. Weil das habe ich. Das müsste ich hier eigentlich beim Dings auch mal machen. Das müsste ich beim Co-Dings auch machen. Habe ich noch eine? Nein. Also eine Anforderungskiste basteln. Eine ersetzen. Eigentlich müsste es ja die hier vorne sein. Und hier wird jetzt. Weil der Durchlauf geht ja trotzdem. Der geht ja trotzdem. Aber dass wir das irgendwie aus dem Inventar. Weil wir haben da bestimmt wieder was rumliegen. Ja, ich sehe es doch schon. Guck, wir haben auch noch rumliegen. Weil ich sammle das Zeug ja gerne ein. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis es hier abgearbeitet ist. Aber wenn es dann abgearbeitet ist, dann wird es richtig geil. Gut. Äh, der findet das Ziel nicht. Ach ja. Wir haben vergessen, hier Doppeldinger zu machen. Also heißt es für uns, noch 1, 2, 3 Zugsignale bauen. Bam. Juhl im Bam. Bam. Und Bam. Ach, guck mal. Die waren alle beide schon hier. Wie geil. Ziel nicht erreichbar. Why? Ach, guck mal. Hier müssen wir auch noch was machen. Alles nicht beachtet. Alles nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich brauche. Zwei Stück. Nee, wir bräuchten... Nee, eigentlich müssten die doch schon dafür ausreichen. Die hier müssen dafür ausreichen, dass der hier hochkommt. Ach, na... Ach, ich Idiot. Der hat ja gar keine Fahrt nach oben. Der hat ja noch gar keine Fahrt nach oben. So, reichen die Signale da noch? Ja. Scheinbar. Gut. Haben wir das auch gewaggelt. Haben wir das gewaggelt. Nicey nice. Wie schön. Ist gar nicht so ein großer... so ein großes Ding geworden, wie ich eigentlich dachte. Ist nicht so groß geworden. Das Geile ist ja, wenn jetzt hier... Ja, eh, hier voll ist. Das wird nie weiter dauern. Gut. Ach, wir wollten ja hier noch. Genau. Habe ich fast vergessen. Wir müssen ja noch diese persönliche Kacke hier hin machen. Was für mich bedeutet hier... Erstmal... Ich werde das, glaube ich, hier so eng wie möglich hinpflanzen. Nee, eigentlich nicht. Ich muss es gar nicht so eng wie möglich pflanzen. Ich muss es nur komplett abdecken. Das finde ich immer viel wichtiger. Das einfach komplett abzudecken. Und dann wird das Zeug hier überaus gepumpt. Ich weiß noch nicht, wohin. Wir machen das mal... nach da. Da müssen sie nicht so weit fliegen. Dann machen wir hier jetzt eine... Armbitterkiste. Eine paar Schiefe, natürlich. Dann machen wir da ein Knicki rein. Da kann es stinknormalen Knickarm. So, wir haben ja oben schon eine. 1,7 K. Das kriege ich, glaube ich, nicht. Ja, war klar. Bam. Bäm. Haha, lol. Bäm. Okay, jetzt war sie weg. Rein da. So. Storm, kein Ding. Ist kein Thema. Und dann bräuchten wir hier natürlich einen kleinen, aber feinen Dronen-Hangar. Der sich nicht mit oben verbindet. So. Dann haben wir jetzt hier ein paar von den Logistikrobotern. Zwei Stück. Und die verteilen das dann. Wie viele sind jetzt da drin? Drei Stück. Das schaffen die doch locker, alles zu verteilen hier. Zwei Stück reichen da locker. Ganz ehrlich. Ich denke schon, dass da zwei reichen würden. Durch das, wie schnell das geht. Oh, jetzt so gut. Jetzt wird gleich wahrscheinlich aufgefüllt. So. Alter, sind die langsam. Das ist ja krass. Die sind echt langsam. Die Knickarme. Aber reicht ja. Man sieht ja, die sind immer noch voll. 150 Kohle haben die? Alter, Falter. Gut, das hat funktioniert. Perfekt. Ich hoffe nur, dass das hier langsamer funktioniert. Dass das hier mal langsam leer wird. Was heißt lang? Ja. Dauert noch eine Weile, bis das leer wird, aber ist okay. Gut, was ist mit dem hier? Automatisch. Okay, ich dachte, ich habe den vielleicht noch umgezwitscht. Warum meckert da unten noch jemand rum? Da will irgendjemand noch was bauen. Was soll da unten noch gebaut werden? Hier will noch irgendwas gehen. Ah, hier sind noch so Stapelgreifer. Eins. Eins. Zwei sehe ich gerade. Zwei Stapelgreifer. Eins. Zwei. Und dann blickt nichts mehr. Perfekt. Okay. Das hier könnte aber besser gelöst sein. Naja. Ach, ich Idiot, ne? Wir müssen schon gucken, dass wir hier mit einem Teiler arbeiten. Mit so einem. Weil hier, finde ich, ist es ganz wichtig, dass, ja, guck mal, weil die oberen Stationen werden ja nur verwendet. Und das heißt, es kommt ein Doppelfliesband von oben, aber es kommt von unten nichts. Dann ist das immer so ein Einzelfliesband. Aber so ist es egal, wo die Züge sind. Entweder kommt hier ein Doppelfliesband oder von unten kommt ein Doppelfliesband. Oder es mischt sich. Da bin ich mir gerade nicht... Man könnte es auch irgendwie mischen lassen, indem ich einfach ganz frech noch extra Soja mache. Ähm. Es sollte, glaube ich, auch gehen, aber ich mache es erstmal nicht. Gut. Äh. Ja, haben wir das Ziel ja eigentlich quasi schon erreicht. Das kann ich eigentlich auch mal abbauen. Oh, shit. So. Der Plan war eigentlich los, so zu machen. Ich will das oben eigentlich jetzt langsam loswerden. Dann vielleicht könnte ich hier einfach einen Zwischenspeicher hinsetzen. Ich meine, ja... Ja, ich baue oben, glaube ich, was ab und dann benutze ich das als Zwischenspeicher. Weil wir hier vielleicht... Ah. Dann können wir hier vielleicht noch extra... Das hier könnte noch ein Kupferding werden. Also hier unten. Das würde hier noch mehr Kupfer ausladen. Dann hätten wir noch mehr Kupfer, weil wir hier ja dann die Kupferminen ein bisschen vergrößern können. Ja. Dann baue ich hier mal doch nichts ab. Ich wollte mich gerade die Stahlkiste abbauen. Ah, ich lasse das einfach so. Das wird schon weg sein. Guck mal, der ist jetzt leer. Und der hier drüben. Die sind auch bald leer. Die können ja jetzt alle wunderbar ausladen. Dann ist das bald weg. So, dann kann ich ja mal ganz schnell so hier machen. So. Jum. Wird direkt da rüber geliefert. Perfekt. Perfekt. So. Oh, oh. Alter, wo ist unser Öl? Was ist mit dem Öl los? Shit. Was ist los mit dem Öl? Ich gehe davon... Ach. Öl. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich habe hier ja abgetrennt. Das heißt, er konnte keine leeren Dinger mehr aufsammeln. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass es nur daran liegt. Da muss ich aber den Ölzug mal ganz schnell wieder herholen jetzt. Wo bist denn du gerade unterwegs? Ölfett 4. Komm mal kurz zurück, mein Freund. Kann man die Fracht sehen? Nee. Oder? Farbe. Eigentlich müsste der schwarz sein. Weil er voll der Ölzug ist. So. Der Ölzug. Schwarz. Wie die Nacht. So, komm mal reingefahren. Ich will mal gucken, ob du was hast. Ach so, ich dachte, der fährt gerade rein. Aber da habe ich mich getäuscht. Ja, schön. Dann ist es hier dann hoffentlich wieder ein kleines bisschen aufgeräumter. Da ist er. Und er hatte... Natürlich. Er hatte keine Fässer dabei. Hä? Wieso hast du ab? Was ist los? Nein. Bleib stehen. Du blöder... Komm zurück. Du kommst zurück, Junge. Ah, der kann nicht zurückkommen, weil er jetzt auf dem falschen Gleis steht. Ah. Du bester Dorf. Du bester Dorf. So, im Kreisverkehr müsstest du eigentlich zurückkommen können. Jetzt aber. Oh, jetzt habe ich einen Deadlock gemacht. Interessant. Sollte eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist aber gut zu wissen. Der guckt jetzt. Das liegt, glaube ich, daran, dass der hier überkreuzen will. Der will hier hochfahren. Ich glaube, dieser Deadlock passiert nur, weil der hier hochfährt. Und der andere halt nicht. Ich mache mal ganz kurz Manuel. Manuel. Ganz frech hier reinfahren einfach. Ganz frech. Dann kann der unten schon mal weg. So. Dann fährt der oben auch los. Okay. Ich bin gerade nicht sicher, wo ich reinfahren muss, wenn ich zum Öl will. Also mache ich mal lieber wieder so. Okay. Und dann machen wir manuell, dass er dann auch mal stehen bleibt. Der ist sofort wieder losgefahren, weil er ja kein Öl mehr drin hat. Es könnte sein, dass uns gleich das Strom ausgeht, wenn wir uns jetzt nicht langsam beeilen. Hä? Mist, der muss weiter vor. So. So, bitte mal ganz schnell hier diese dummen Fässer raus. So. So, jetzt fahr. Am besten zum Neuen. Zu der neuesten Öl-Dings. Öl-Nord. Nord. Fahr hoch. Fahr hoch, Junge. Und hol was ab, Junge. Hol was ab. Meine Fresse. Oh shit. Shitty shit. Oh, das flinkt schon hier. Oh shit. Mal gucken. Die Kohle müsste jetzt einspringen. Die Kohle müsste ja dann einspringen. Also haben wir entscheidend noch was hier auf... Wir haben doch ja mal Zwischenlager haben wir noch ein bisschen was gehabt. Aber auch nicht besonders viel. Das heißt... Ja, aber... Ja, das Öl ist ja noch nicht weg. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Öl sollte gleich leer sein. Oh oh. Da ist nicht mal viel mit Öl. Hier. Da ist nicht mal viel mit Öl. Ist ja geil, Mann. Ja, aber so eine Krise braucht man mal. Mal gucken, wie es aussieht. Und gerade, wo wir es wieder hinbekommen hatten mit dem scheiß Öl... Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Ölzug. Ganz ehrlich. Weil... Hm. Ich glaube, wir brauchen echt einen zweiten Ölzug. Weil der eine Ölzug, der fährt ja jetzt alles akribisch ab. Und eh der wieder bei Nord ist, das dauert eine Weile. Auch wenn ich ihn gerade hingeschickt habe, kann ich hier... So. Der kommt gerade wieder rein. Yeah. Hast du was? Hast du Öl dabei? Hast du Öl dabei? 21 Fässer. Schön. Hau raus, die Dinger. Und schnell rüber. Los, Leute. Wir brauchen Öl. Wir brauchen Öl. Guck mal, hier drüben ist tatsächlich jetzt ausgegangen. Hier ist ausgegangen. Hier kommt nichts doch. Hier kommt immer noch was. Aber Kohle ist trotzdem schon mit drin. Alter. Um wie weit schon er vorgedrungen ist. Nicht ganz so weit. Aber... Ich betreibe ein bisschen, ey. Ist gar nicht so gefährlich. Wir haben noch einen Haufen Öl. Haufen Kohle auf Lager. Wir bräuchten eigentlich mehr Lager. Wir haben echt... Hä? Wir haben gar nicht so viel Kohle hier. Passive Anbieter... Wo wird das... Aha. Die Kohle ist leer. Da müssen wir aber ganz schnell mal was dagegen tun. Wir haben keine Kohle mehr im Zug. Ei, ei, ei. Aber... Die passive Anbieter... Anbieterdinger... Werden auch leer gelutscht. Hier ist auch noch ein Haufen Öl. Hier ist auch ein Haufen Öl. Wir müssten eigentlich bloß mal woanders das Öl... Alter. Okay. Wir werden hier, glaube ich, einfach einen Dings... Äh, Bahnhof einrichten. Einen Kohlebahnhof. Weil hier unten kannst du ja vergessen. Brauchen wir nicht mehr. Wie man sieht, ist hier unten ja... Tatsächlich tote Hose. War alles leer. Okay. War ein schönes Ding. Ja, schön, dass wir das mal mitbekommen haben. Weil das ist ja doch schon eine echt wichtige Ressource. Das Öl sei schon. Die Kohle. So. Werden wir abbauen. Das kriegen wir noch hin, dass wir noch was Neues bauen. Dauert aber ganz schön lange, hier so Holzkisten abzureißen. Dauert schon eine Weile. So. Das Ding heißt ja... Ölfeld 4 Einladung. Brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Problem ist natürlich, dass jetzt der Zug nicht mehr weiß, wo er hin soll. Aber... Das ist okay. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Oh. Was war denn das hier eigentlich? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war... Stein, glaube ich. Weil wir waren ja immer so steinbesessen. Ich glaube, das war Stein. Stein. So. Kann weg. Ja, das jetzt alles abzubauen, ist natürlich jetzt... Müsste ich jetzt nicht machen. Aber ich denke mir, wenn ich gerade hier bin, dann ziehen wir es gleich mit durch. Das heißt aber auch, dass unsere Steine auch wieder ausgehen. Aber die Steine sind jetzt nicht ganz so wichtig. Da wird ja bloß Beton draus gemacht und so. Also hier ist tatsächlich auch alles leer. Ja, machen wir später mal. Das dauert mir dann doch zu lang. Dann werde ich jetzt hier einfach noch einen Bahnhöf hinbauen. Quasi hier einfach mal ein bisschen verlängern. Man könnte ja auch ganz frech einfach hier ein... Äh... Hier rausfahren. Was heißt frech? Ist ja eigentlich nicht frech. Das ist daran frech. Was soll denn daran frech sein? Jetzt, wenn wir jetzt hier mal so nach oben fahren. Und hier uns niederlassen. Mit einem wunderschönen süßen Bahnhof, den wir ganz schnell bauen. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein, hier mal so was hinzuklatschen. Nee, ganz ehrlich. Wir hatten noch ein paar Bahnhöfe. Okay. Okay. Den nennen wir jetzt. Ja, wird ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, das andere Kohlekraftwerk. Nennen wir einfach Kohle. So. Wir haben jetzt natürlich keine Züge. Die müssten wir dann erstmal... Ja, ich müsste die erstmal da hinbringen. Das wäre ganz nett, wenn der mal da hinfahren würde. Also muss ich mal ganz kurz holen. Weil dann könnten wir immer wieder, immer wenn wir was Neues machen, einfach Kohle nennen. Das nennen wir dann einfach immer wieder Kohle. Was ist das für ein Zug? Saskia. Ach, die haben ja auch alle Namen. Boah, da müsst ihr echt mal gucken. Anonymous heißt der, okay. Äh, Kohle wird hier weiter oben angeschleppt. Hier ist natürlich keine Tür drin. Überall habe ich Türen, nur da nicht. Okay. Hier haben wir uns einen Kohlezug. Da springen wir rein. Und das kommt jetzt weg. Vor allem 10 Sekunden habe ich nur eingestellt gehabt. Okay. Kohle. Ja, bis die Zeit vergeht. Fahren Sie mal hin, bitte. So. Können wir schon mal gucken, ob der auch reinfahren kann. Sollte aber eigentlich ohne Polen funktionieren. Dann haben wir ein schönes Kohlefeld. Wir haben jetzt auch einen Haufen Minen. Also Minen im Sinne von Abbaugerätschaften. Der kommt ja eh nicht mehr rausgefahren momentan. Der bleibt, der ist jetzt erst mal hier gefangen. Ist okay. Hier können wir auf jeden Fall Stahlkisten machen. So ein paar. So. Ich weiß nicht, ob wir hier so schnell einladen müssten. Ich mache trotzdem mal die Dinger. Ich glaube, hier ist es gar nicht wichtig, dass der schnell einlädt und alles. Aber ist okay. So. Und dann müssen wir hier bloß mal wieder rausfahren. Also hier fahren wir rein. Oder unten fahren wir halt raus. Das heißt, einfach ein bisschen verlängern. Die Strecke eigentlich bloß ein bisschen verlängern. Und voila. Fertig. Und jetzt haut er natürlich ab. Das ist aber okay. Soll er machen. Und hier fahren wir ja hin. Das heißt, hier mal ein bisschen vorsichtig fahren. So. Mal ein paar Signale basteln. Ein paar neue. Das wäre sehr nett. So. Dass er hier mal gucken kann. Dann guckt er hier runter. Hier braucht er nicht explizit gucken. Dann guckt er einfach hier hin. So. Und den setze ich mal, damit das schöner aussieht. Da hin. So. Das heißt, hier können wir mal vorbeifahren. Und dann fährt man hier oben rein. Und fährt auch genüsslich. Wieder raus. Ist also eine ganz chillige Angelegenheit. Ja, zwei bräuchte ich noch. Jetzt habe ich natürlich alles wieder weggehauen. Ja, Tenchi. So. Alter, hier haben wir richtig fett Kohle. Oh yeah. Und was mit den Kohlen? Ja, die fetten Kohlen. Jetzt kommen die fetten Kohlen. So. Ich werde jetzt natürlich alles abstauben. Ihr kennt mich ja. Alles so schön platzieren, dass ich auch alles abstauben kann. Hier, hier. So was hasse ich dann immer. Diese kleinen Zipfel. Der eine Zipfel, Mann. Der eine Zipfel. Ich bin aber jemand. Ah. Ich will diesen einen Zipfel auch noch haben. Ich will den auch noch haben dann. Ja, also ich bin da. Was fliegt denn da unten rum? Ist das vielleicht ein Angriff? Was bist du denn? Ich bin ganz schön langsam, ey. Komm, lad dich auf. Fühl dich will zu Hause, mein Freund. So, das muss reichen. Erstmal. Jetzt kommt der schon wieder. Der war schon wieder hier. Krass. Okay. Ja, dann wird das hier eingelagert. Wenn hier mal Strom da ist. Im Endeffekt. Strom brauchen wir auf jeden Fall. Hier unten gibt es Strom. Hm. Kann ich hier vielleicht. So. Ja, hier oben fehlt noch Strom. Und dann haben wir es. Wie gesagt, geht schnell. Wenn man dann tatsächlich weiß, was man eigentlich bauen will, geht es tatsächlich recht schnell. Wenn man aber vorher erstmal überlegen muss, was muss ich denn genau bauen, dann dauert es eine Weile. Und dann kommt die erste Kohle. Wird schön gekrallt. So. Alter, der erste, der ist ganz schön gierig, ne? Der ist ganz schön gierig. Eigentlich müsste man es wieder perfekt aufteilen. Man müsste es echt wieder perfekt aufteilen. Das ist mal hier. Teiler, 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 Teiler und so. Das muss wie eine Pyramide sein. Aber da bin ich jetzt echt zu faul für. Sollen bloß die Ersten das machen. Das ist jetzt kein Ding. Man könnte auch theoretisch statt hier einfach sagen, man verteilt es nach hinten durch. Dass man einfach nur mehr Speicherplatz hat. Ja. Würde aber auch nichts an der Situation ändern, dass bloß einer einknickt im Endeffekt. Also haben wir einen großen Speicher. Der braucht nur... Guck mal hier, wie schnell da drin ist. So, der haut danach ab nach 30 Sekunden. Da fahre ich gleich mal mit. So. Steht das eigentlich die Zeit da? Okay, wir hauen schon ab. Sehr schön. Ja, perfekt. Hat funktioniert. Haben wir unsere Kohle wieder schweigen gehabt, dass wir das noch erkannt haben. Zum Glück hat man die Ölkrise. Dann können wir hier auch noch irgendwann eins machen. Hier können wir auch alles abbauen. Später mal. Das ist kein Ding. Und hier wird ausgeladen. Schön. Ja, sehr gut. Hier, das Öl ist scheinbar wieder da. Oh nein. Alter, das klingt immer noch wie Kacke. Oh shit. Ich bin mir gerade nicht so sicher, warum. Ich brauche vielleicht echt einen zweiten Ölzug. Das wäre, glaube ich, die Lösung. Weil der, glaube ich, einfach zu lange braucht, um alles abzuklappern. Hey, warte mal. Der steckt fest. Was ist... Ölfeld, vier Einladungen. Ach, Kacke. Ich habe das abgebaut. Ich Idiot. Oh fuck. Oh, Kacke. Kacke, Kacke. Warte mal. Ich schicke den erst mal auf Mission. Und zwar statt dahin fährst du zur Basis. Das sollte eigentlich... Nee, das geht ja nicht. Der kann ja jetzt nicht mehr wechseln. Shit. Was ist denn das hier unten für eine... Was ist denn hier unten für eine... Das Ölfeld, vier. Okay. Nee, hä? Der muss doch zu Ölfeld, vier fahren eigentlich. Habe ich echt das Falsche abgerissen, ich Idiot. Okay, dann fahr zu Ölfeld, vier. Basisöl, Basisöl. Ich muss hier mal ganz kurz Ölfeld, vier, damit er... ...wieder zurückkommt. Damit er ja quasi zurückfahren kann. Ja, war natürlich nicht so geil jetzt, hä? Hä, hä, hä. Ah. Ganz schnell wieder zurückfahren, bevor er einfach irgendwas eingeladen bekommt. So. Da müssen wir jetzt runterlaufen. Ja, Kacke. Ah. Ich hab's schon in den Kommentaren gesehen, Leute. Ihr habt bestimmt schon geschrieben. Alter, das war eine mega lange Überlenkfolge. Aber wir müssen uns einfach darum kümmern. Wo fährt denn der hin hier? Ich weiß nicht, was das für einer ist. Saskia-Zug. Naja, laufen wir halt. Ah. Ist natürlich auch ein bisschen... ...ein bisschen gefährlich, mitten auf der Strecke stehen zu bleiben. Hinter der Mauer übrigens. Nicht vor der Mauer, sondern hinter der Mauer standen die. Ja, nicht so einfach. Ach. So. Hier scheint auch alles okay zu sein. Hier ist alles okay. Ist hier was kaputt? Hier ist was kaputt. Ach, wegen den Minen. Uh. Wegen den Minen. Hm. Hä, wo geht das überhaupt hin? Das geht hier zur Seite. Das ist überhaupt nicht wichtig, der Scheiß. Das ist überhaupt nicht wichtig, Mann. Alter, was für eine Überlenkfolge. Meine Fresse. Aber ihr kennt das ja. Es ist die Samstagsfolge. Und dann bin ich immer so... Ja, ich will doch schnell alles machen. Alles noch so machen, was ich eigentlich geplant hatte. So. Ich hab echt den Bahnhof komplett abgerissen, ne? Ich Idiot. Wer macht denn sowas? Nur Dumme machen sowas. Nur Dumme. So. Du heißt jetzt Ölfeld 4 Einladen. Einladen. Nee, Einladung. Einladung. Bam. So, und der Zug. Ölfeld 4 wird wieder ausgelöscht. Dann sollte es auch wieder funktionieren. Puh. Der ist zum Glück jetzt bei der 5 hochgefahren. Hat jetzt bestimmt eine geile... Eine geile Ausbeute. Und dann kann er jetzt wieder das Ölrand schaffen. Meine Fresse. Oh, was ist denn hier? Die fliegen ja rum. Was ist denn hier los? Okay. Hier ist auch ein kleines Problem. Wir brauchen mal eine Lagerkiste. So. Ja, und hier könnte es bald auch zu Problemen kommen. Ach ja, stimmt ja. Die haben ja kein... Doch, die haben Module drin. Ach, die da hinten haben noch keine Module. Das war das, was nämlich im Kommentar stand. Dass hier tatsächlich ein paar noch keine Module haben. So. Ich will echt mal überlegen, ob ich hier irgendwie einen Flammturm mit hinsetze. Wenn ich schon mal hier unten bin. Das ist das Letzte, was wir uns machen. Die letzte Abendshandlung. Dass wir hier noch so einen Flammturm hinsetzen. Weil ich glaube, von hier kommen dann gerne mal welche angerannt. Dann können wir vielleicht von hier auch was abzapfen. Wenn ich vielleicht das ein bisschen drehe. Ja, wenn ich so drehe, kann ich ein bisschen was abzapfen. So. Dann geht das von mir aus dann von hier nach da. Und von hier nach da. Dann noch den Turm hinsetzen. So. Und dann hier noch ein Röhrchen. Ich hoffe, ich kann es bauen. Yes. Bam. Jetzt kommt nochmal an. Dann werdet ihr verbrannt. Auch der ganze Wald wird weggebrannt. Du, da muss er echt ein bisschen... Oh, habe ich da oben nicht. Habe ich nicht irgendwie Turm hingesetzt am Wald? Oh, shit. Muss er echt aufpassen. Der Wald kann schnell wegbrennen. Oh, Pech hat. Na gut, haben wir wieder ein bisschen Problemlösung betrieben. Hier hat sich wenigstens ein bisschen was angestaut. Ein paar Fässer, wollte ich gerade sagen. Ja, doch. Einiges. Nice. Und dann würde ich sagen, Leute. Ich war der Tenchi hier auf unserem Noobs-Kanal. Und wir sehen uns dann einfach mal so beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüssi. So, Leute. Mal ganz schnell einen Nachtrag. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Hier, Erz ist weg. Wir schließen an. So, der Zug, der steht ja nämlich die ganze Zeit schon rum, weil er nicht ausladen kann. Das ist aber kein Problem. Ähm, das heißt, wir haben hier richtig schön Puffer. Und das wird jetzt alles schön ausgeladen, wie man sieht. Wird richtig geil. Wird richtig nice. Und dann kann ich alles wieder angehen. Ich hab das echt wieder verschwitzt. Ich werde das jetzt wegbauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.